Moin Leute, willkommen beim Divers Tech Talk, dem Podcast von TechWaters. Hier hört ihr spannende, inspirierende und hilfreiche Storys rund ums Tauchen. Von Tauchende, für Tauchende und die, die es noch werden wollen. Fragen, Ideen oder ihr habt Anregungen, sendet mir gerne eine Nachricht an podcast.techwaters.de oder schaut auf meinem Instagram-Kanal TechWaters vorbei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der neuen Folge Neuerkeit. Moin Leute, heute möchte ich mit euch über meinen Tauchgang an dem Wrack der Inge Klitt erzählen. Ich würde sagen, dieser Tauchgang hat mein Tauchen verändert und mich doch zu dem Taucher gemacht, den ich heute bin. Und warum dieser Tauchgang für mich so in Erinnerung geblieben ist, möchte ich euch heute in dieser Folge erzählen. Vielleicht hat der ein oder andere die Geschichte schon auf meiner Webseite gelesen. Ja, der Tauchgang zum Wrack der Inge Klitt. Ich selbst hatte zu der Zeit auch so um die 500 Tauchgänge, habe mich als total erfahrener Taucher gesehen, habe gedacht, naja, was soll ich noch groß lernen, habe doch schon so viele Kurse gemacht und habe ja schon so viel getaucht und kann heute natürlich sagen, absolute Selbstüberschätzung. Dazu komme ich aber noch in diesem Podcast. Ich möchte euch erzählen, was ist in diesem Tauchgang passiert und warum hat es mich zu diesem Taucher gemacht. Ja, ich war mit einer Gruppe von Freunden verabredet zum Wracktauchen in der Ostsee. Ich war davor schon an dem einen oder anderen Wrack getaucht, aber oft an Wracks unter guten oder besseren Bedingungen. Und bei dem Tauchgang, den hatte ich so vorher auch noch nicht gemacht. Ich war auch da schon vorher in der Ostsee, aber nicht mit dem Boot draußen und dann bei solchen schlechten Sichtverhältnissen. Wir hatten zu der Zeit schon Doppelpakete und haben uns dann schon als die großen technischen Taucher gesehen, obwohl wir ja einfach nur Doppelpakete und einen Drocki hatten, mehr auch nicht. Und sind als Team dort an diesem Wrack tauchen gegangen. Man muss sagen, das ist ein Wrack, was eine große Fläche hat, wo früher Erde und so etwas transportiert wurde. Und wir sind dort abgetaucht und da bin ich schon das erste Mal in dieser Ladeluke reingekommen und bin ein Stück an diesem Überhang getaucht seitlich und hatte direkt Decke über mir und dachte schon, ach du Heilige, weil die Sicht so beschissen war. Das war schon der erste Moment, wo ich so dachte, oh, komisches Tauchen. Und dann sind wir da lang getaucht, ich mit meinem Buddy Andy damals. Und ja, zum Wracktauchen gehört ja auch irgendwie dazu, man muss ja in so einen Wrack reintauchen. Und ich hatte damals so eine einfache Spool dabei und hatte eine einfache Backup-Lampe als Hauptlampe gehabt. Und ja, habe mich dann dazu entschlossen, mit meinem Buddy dort in dieses Wrack reinzutauchen. Dort ging es runter in den Maschinenraum. Das war eine kleine, ich würde sagen, 1,50 Meter mal 1,50 Meter Luke, wo natürlich früher die Leute in eine Leiter hochkant runtergelaufen sind. Das unter Wasser jetzt als Taucher plötzlich mit einem Doppelpaket auf dem Rücken sich da rein zu quetschen, ist schon sehr irre, würde ich heute auch so in der Art nie wieder machen. Also allein da, könnt ihr schon hören, total bescheuert, was man da so gemacht hat bei den Sichtverhältnissen. Und vor allem das erste Mal in diesem Wrack, sowas kann man vielleicht mal darüber nachdenken, wenn man sehr viel Erfahrung hat und an so einem Wrack schon häufiger war. Aber ja, wie ich schon sagte, Selbstüberschätzung. Ja, dann bin ich in dieses Wrack reingetaucht, habe außen meine Leine rangeknibbelt, wo ich heute auch schon dankbar bin, dass ich überhaupt gemacht hätte oder hatte. Es hätte mich nicht gewohnt, wenn ich auch das nicht getan hätte. Bin dann da reingetaucht und war dann da durch. Dann habe ich auf meinen Buddy gewartet. Der kam dann auch rein. Und ich habe mich zu ihm umgedreht und habe ihn gefragt, ob alles okay ist. Ja, er hat mir angezeigt, er taucht wieder raus. Das ist ihm zu eng. Ich habe aber das falsch erkannt und habe das als ein Okay wahrgenommen und bin einfach schnurstracks weiter reingetaucht. Mein Buddy ist natürlich wieder rückwärts raus oder ist da wieder raus aus diesem Wrack. Und ich habe es nicht mitbekommen. Und durch das Umdrehen nach meinem Buddy habe ich mich schon angefangen, in meiner eigenen Leine zu verhettern. Und ja, wie es dann in so einem Wrack ist, durch die Ausatmenluft kommt Rostrückstände, Ölrückstände, alles mögliche runter. Und es war ganz schnell fast keine Sicht mehr in diesem Wrack. Und dann, ja, ist es gekommen, wie es kommen musste. Ich hatte eine einfache Backup-Lampe. Ja, die hat schon geflackert davor immer mal wieder. Und dann ist die komplett ausgefallen. Das bedeutet, ich hatte kein Licht mehr, keine Sicht mehr sowieso. Und dann kam dazu, dass ich festgestellt habe, verdammt, ich habe mich in meiner eigenen Leine verfangen. Und das hat dafür gesorgt, dass ich echt einen kurzen Panik-Moment hatte. Ich werde bis heute nicht vergessen, wie ich diesen Satz im Kopf hatte. Scheiße, jetzt stirbst du hier für ein Stück Stahl. Und wenn ich das euch jetzt hier so erzähle, kriege ich auch schon wieder Gänsehaut, weil ich mich genau an diesen Moment erinnere. Und ja, zum Glück konnte ich mich beruhigen und hatte damals dann die Leine, wo ich wusste, okay, das geht Richtung Ausgang, mir ganz häufig um die Finger gewickelt und habe dann den Rest abgeschnitten. Und bin dann wirklich so Stück für Stück für Stück an dieser Leine raus und habe es zum Glück geschafft, dann wieder aus diesem Frag rauszukommen, ohne mich noch weiter zu verheddern oder hängen zu bleiben und vielleicht dann noch mehr Panik zu bekommen. Und kam dann aus diesem Loch wieder rausgekrochen. Meine Buddies haben dann natürlich schon gewartet und die haben gar nicht mitbekommen, was da gerade in diesem Frag mit mir passiert ist. Und die wollten dann natürlich direkt weiter tauchen und ich so, nee, auftauchen. Wir sind dann aufgetaucht und ja, also ich war der glücklichste Mensch, auf dieser Welt überhaupt wieder an der Oberfläche zu sein. Und ich musste wirklich weinen. Ich habe für mich Tränen gehabt und habe echt gedacht, das ging jetzt zum Glück nochmal gut aus. Und in dem Moment war für mich ganz klar, ich höre auf mit diesem Hobby und werde nicht mehr weiter tauchen. Oder ich lerne es richtig und mache es besser und habe aus diesem Moment gelernt. Und ja, ein paar Tage sind vergangen und dann habe ich mich mit dem Thema befasst, dass ich ja Tauchen über alles liebe und mit dem Hobby natürlich weitermachen möchte. Aber das Ganze richtig. Und was meine ich mit richtig, möchte ich euch auch erklären. Und vor allem, warum erzähle ich euch das? Ich möchte euch erzählen diese Geschichte, weil ich häufig erlebe, dass Leute sich selbst überschätzen oder gerade im Tauchen man ja schnell denkt, naja, ich habe jetzt ja alle Kurse gemacht und ich kann ja alles. Und genau das dachte ich damals auch. Ich bin ja der super Taucher, der ja schon alles erlebt hat. Heute kann ich aus absoluter Erfahrung sagen, man lernt nie aus. Man kann immer an sich arbeiten und man sollte lieber einen Schritt nach dem anderen gehen und nicht so eine Selbstüberschätzung. Denn die Situation habe ich das eine oder andere Mal in eine blöde Situation gebraucht. Ich bin heute froh, dass die gut ausgegangen sind und dass ich daraus lernen konnte. Und deshalb habe ich mich entschlossen, an meinen persönlichen Skills zu arbeiten, um nochmal zurück zu dem Frack zu gehen. Ja, was ist da natürlich alles schief gegangen? Das Erste ist, es gab keine richtig gute Tauchgangsplanung. Ja, wir haben das mal gelernt, sich gegenseitig zu checken, aber auch da wieder Realität und Praxis. Wann checkt man sich denn wieder? Das haben wir dann auch nur so halbherzig gemacht. Dann eine Tauchgangsvorbereitung. Wie viel Gas brauchen wir, um sicher wieder an die Oberfläche zu kommen? Wir kannten alle nur dieses, ja mit 50 Bar an der Oberfläche sein. Aber wann ist denn der Moment, wo man auf 20 Moment sagt, ey, jetzt müssen wir auftauchen, um vielleicht noch meinen Buddy sicher mit an die Oberfläche zu bringen, wenn der kein Gas mehr hat? Und all das wussten wir nicht. Haben wir einfach, ja, Unwissenheit und sind einfach tauchen gegangen, ohne eine große Planung. Geschweige denn, gab es keine Planung, in dieses Frack zu tauchen, sondern das haben wir einfach unter Wasser, Freestyle entschieden, ohne überhaupt irgendeine Erfahrung darin zu haben, eine Leine zu legen und auch die sicherheitsrelevanten Sachen, eine Lampe in einen Frack reinzutauchen. Heute habe ich eine Hauptlampe, die sehr stark in der Kommunikation ist, wo ich mit meinem Buddy gut kommunizieren kann. Das hätte damals geholfen, vielleicht sofort zu erkennen, dass mein Buddy nicht mehr hinter mir ist oder dass er austaucht für eine bessere Kommunikation, geschweige denn, wenn die Lampe ausfällt, noch eine Backup-Lampe. Heute habe ich zwei Backup-Lampen und eine Hauptlampe dabei. Genauso Erfahrung in Leine legen, genauso in der Teamkommunikation, in der Tauchgangsplanung, alles Dinge, die man da völlig außer Tracht gelassen hat, weil man es nicht anders gelernt hat. Ja, dann sind wir da, bin ich ja in diesem Frack und bin da ja zum Glück wieder rausgekommen. Und heute kann ich sagen, alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte. Vor allem, ja, vielleicht war es gut, dass ich Ruhe bewahrt habe. Das war das Einzige, nachdem ich einen kurzen Panikmoment hatte. Aber ja, das hat mir vielleicht geholfen, da wieder heile rauszukommen. Was habe ich also gemacht? Ich habe mich dazu entschlossen, einen Kurs bei GUE zu besuchen, den Fundamentals-Kurs. Über den Kurs möchte ich euch in der nächsten Folge ein bisschen mehr erzählen. Der hat meine eigenen Skills verbessert, das Arbeiten im Team, Teamkommunikation, eine viel bessere Tauchgangsplanung. Und darauf folgten dann natürlich weitere Kurse Richtung technischem Tauchen, Höhlentauchen, das Lernen, mit einer Leine zu tauchen, das Lernen, eine vernünftige Tauchgangsplanung, auch in der Dekompression. Also alle Sachen, die aber auf maximale Sicherheit und Standardisierung aufgebaut sind. Denn Standardisierung kennt man aus vielen Bereichen. Im Flugzeugbereich, im Autobereich, alles da, wo eine hohe Sicherheit erwünscht ist, ist eine Standardisierung unumdingbar. Denn so erkennen wir Fehler viel früher. Und in den besten Fällen nehmen wir die Fehler erst gar nicht mit unter Wasser. Deswegen möchte ich euch heute diese kleine kurze Geschichte von meinem Erlebnis, ich habe davon noch eins oder andere, die ich euch vielleicht erzählen kann. Aber das hat dazu gesorgt, dass ich über meine eigenen Tauchfertigkeiten und Skills nachgedacht habe. Denk vielleicht auch du mal danach, dass du vielleicht zwar viele Kurse besucht hast, aber hast du wirklich an deinen Skills gearbeitet? Bist du ein sicherer Taucher? Fühlst du dich gut? Bist du vielleicht auch nur ein schätzender Taucher? Weißt du wirklich, wann ist der Moment, wo man vielleicht auf 30 Meter sagt, jetzt müssen wir auftauchen, wenn mein Bar, die seinem Gas komplett ausfällt, dass ich ihn sicher mit zur Oberfläche bringen kann? Wann ist der Moment, wo du umdrehen musst? Alles Fragen, die du dir mal stellen solltest, ob du die wirklich beantworten kannst. Wenn ich oder du an deinen Skills, an deiner Teamarbeit arbeiten möchte, melde dich gerne bei mir bei TechWaters und wir können schauen, wo du gerade stehst und vielleicht hast du das auch, das ein oder andere Erlebnis, was du mir erzählen möchtest, was dafür sorgt, dass du zu mir kommst und auch an deinen persönlichen Skills arbeiten möchtest. Ich würde mich genauso freuen, wenn ihr eure Erlebnisse mir zuschickt, wir die mal genauer analysieren und daraus Resultate ziehen. Zu erklären, was ist da schiefgegangen und was kann man mit dem heutigen Wissen besser machen, denn nur daraus können wir lernen und bessere Taucher werden. Also schickt mir gerne eure Erlebnisse, könnt ihr mir gerne anonym schreiben, könnt mir gerne auch mit mir dazu telefonieren, ihr könnt Gast bei mir im Podcast sein, eure Situation, schickt mir gerne Sprachnachricht, die ich eventuell hier abspielen darf. Sachen, woraus andere lernen, wo wir nicht die gleichen Fehler machen, wo wir gemeinsam zu besseren und sicheren Taucher werden, dass wir alle gemeinsam zu Abend essen können oder den einen oder anderen schönen Tauchmoment erleben. Denn viele sind oft bei Nahunfällen, wo man sagen muss, zum Glück ist nichts passiert und deshalb wollen wir alle daraus lernen und ich hoffe, ihr schickt mir eure Erlebnisse. Bis bald, euer Kai Greitner. Bis bald, euer Kai Greitner. Bis bald, euer Kai Greitner.